Ja, also müsste doch bald hier um die Ecke gehen. Wie weit ist denn der andere? Ungefähr auf gleiche Höhe. Nicht ganz. Ja, aber der geht jetzt schon um die Ecke, ne? Hoffe ich jedenfalls mal. Irgendwie haben wir schon wieder Müll produziert. Ist ja nix Neues. Ja, der geht um die Ecke. Super. Dann nähern wir uns unser Ziel. Halt! Wo wollen die hin? Wo wollen die hin? Die sollen da wieder rein? Hutsch! Legt euch ins Bett, schlaft ne Runde. Geht auf Toilette oder kotze oder was auch immer das ist. Das hier unten zwei arbeiten, finde ich schon mal gut. Ja, die treffen sich dann irgendwann hier unten. Das ist doch schon mal super. Ja, kommt. Ich will noch die... Vielleicht warte ich noch wirklich, bis das fertig ist. Na, kommt, Leute. Macht hinne. Zwei sind noch draußen. Gemeinschaftlich. Achso, das ist Licht. Ich dachte schon, ist das Klo da so dreckig? Die haben Hunger und so weiter. Ja, und die Kantine ist ja noch nie mal fertig, Leute. Die brauchen halt hier noch ein bisschen. Aber so schlecht ist es hier gar nicht. War schon mal schlimmer. Finde ich jedenfalls. Hier arbeiten also sechs Leute? Fünf Leute? Die brauchen da auch noch eine Weile. Anstatt einfach mal die drei Dinger da hinzusetzen. Nööö. Muss ja nicht sein. Die Gefangenen kriegen nichts zu essen. Die können mal wie gerne in den Hungerstreik treten, kriegen aber trotzdem nichts zu essen. Ja, aber so langsam und sicher war ja schon mal schlimmer. Hey, wir haben Licht. Was ist denn hier passiert, dass wir Licht haben? Schön, da kommt der nächste Tisch hin. Diese bauen sie eigentlich die ganzen Tische hin, anstatt immer mal hier das Wichtige hinzubauen. Wir haben jetzt schon wieder fast vier Stunden vertrödelt. Okay, drei Stunden. Bevor überhaupt so ein Ding da ist. Der geht irgendwo lang. Ja, ich hoffe, der kommt da hinten nicht durch. Ich hoffe, der sieht das nicht. Kommt der durch? Kommt der nicht durch? Wo ist die Polizei? Wo sind meine Security, Leute? So, komm mal mit. Ja, genau. Geh mal dorthin. Guck mal da. Der Benjamin fühlt sich irgendwie... ...aggressiv. Ich weiß auch nicht, warum. Könnte ich gar nicht verstehen. Die kriegen hier kein Essen. Können also gut abnehmen. Ihre eigene Zelle haben sie auch nicht. Können Gemeinschaft hier. Können Strip-Poker spielen oder sowas. Also ich verstehe nicht, dass man sich hier aufregen kann. Immer gut. Hier ist ne Lücke. Mut zur Lücke, ne? Ne, Polizist. Siehst du das? Geh mal direkt hier hin. Komm. Ja, jetzt sieht er es. Schön. Komm. Warhaft. Was? Das war es schon. Wie denn? Einmal schlagen, lass es. Gut ist, oder was? Das ist ja auch mal was. So, kommt da mal irgendwann was Gutes. Hier muss noch ein Ding nachher hin. Oh, oh, oh. Oh, ich seh gerade hier was ganz anderes Böses. Doch, ein Power-Ding, ne? Ne. Ja. Das Ding. Zwei Stück. Sind wir fast pleite. Ne, egal. Nur wenn's hier gleich weiter geht, dann sind wir sonst gleich eh total im Keller. Wer kommt? Ich will das Ding fertig haben. Na gut, hier unten sind wir so gut wie fertig. Da haben wir bald das Jahr, aber die Kantine haben wir noch nicht fertig. Was wird denn das hier? Hätte ich hier auch irgendwie selber öffnen können, ne? Ja, da haben wir noch irgendwie was interessantes, hier haben wir ein Table-Ding da. Das heißt, die anderen müssten nur hier oben sein, man müssten werden hier gleich irgendwo angebaut. Da ist noch so ein Civil-Table. Da ist der dritte. Ja, toll. Die liegen so noch rum. Ja, das finde ich überhaupt nicht schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genügend Strom. Also wirklich bringt das hier auch nichts. Ja. Ich schnapp dir mal so ein Ding da, anstatt hier mal irgendwas Sinnloses zu schnappen. Was ist mit dem denn los? Wie soll ich da so ne... komischen Scheiß-Türen haben wir gerade gedumpt? Was hab ich mir denn dabei gedacht? Hab ich auswärts den falschen Türen gemacht? Die müssen wir auf jeden Fall abbauen. Was ist das für die Tür hier? Ja, toll. Na toll. Wollen wir was zu essen haben? Hier gibt's nichts. Seht ihr doch. Du könnt ihr sagen, was ihr holt. Ich hab noch gesagt, es gibt nicht nichts zu essen. Weißt du, da stehen fast alle Tische. Aber immer noch nicht so ein Ding. Was machen die denn da? Na gut, ich mein jetzt, da hab ich selber Mist gebaut. Oh. Sind sie fertig. Da oben fehlt halt noch die eine Ecke. Aber da ist ja auch eigentlich was. Ja. Da muss mal irgendwie mit der halt hingehen. Hier außen rum. Aber gut. Wie war das nochmal mit Öffnen? So, war das mit Öffnen. Jo. Ja komm. Öffnen wir auch mal die Tür. Zack. Dann kann ich auch die hier auch öffnen eigentlich, ne? So, was machen die jetzt hier? Wird da mal irgendwas? Guck mal, das Jad ist auch noch nicht fertig wegen diesem Mist. Guck mal, da kann man noch eigentlich schon fast... Ich zerstör mal das. Damit die das andere da bauen. Und dann kann ich das dann wieder bauen. Ist ja schrecklich. Ist ja wirklich schrecklich. So, haben wir dann hier so langsam alles? Nö, wir brauchen... Nö, wir brauchen... Ja, hier kommt... Hammer auf. Braust mir eh zu lange. Ja, was haben wir denn da? Da haben wir doch... Was macht der hier? Der macht ne Pause. Ja gut, macht er halt ne Pause. Und dann müssen wir halt hier so einen Pausenraum machen. Ja, aus Def rum genannt. Trinkmaschine und halt Sofa. Oh, wollte ich doch grad nicht so... 500, 300, ja, ist klar. Ja, gut, zwei wie starting, gut, schön. Ah, es ist geschafft. Was soll der... Nein, 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 ich will nicht, dass die umgekehrt gehen. Können wir euch aber jetzt nicht ändern, verdammt. So, Polizei hier hin. Wir werden hier sonst gleich richtig Ärger haben. Randale ohne Ende. Geht schon mal sicherheitshalber hin. Genau, jetzt geht's hier los. So, Polizei schlagt los, macht was, fertig. Fesselt sie, knebelt sie. Die sehen alle da hinten, diese Lücke. Guck mal, da kommen sie noch nicht mal durch. Das ist ja der Witz der ganzen Sache. Fesselt sie, macht sie fertig. Oh, 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 ich blut, ich blut. Was, die Klopperei? Ich glaub nicht so, ob die Brücken... ...ein Stellen einfach bei Sicherheit. Gut. Einen Tag gehört, ja. Ja, weil diese... Schrecklich. Ja. So kann man auf jeden Fall aufräumen. Ja. 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 Prügelt sie nieder, ich werde Blut sehen. Ja. 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 Ja Ja. 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 Jetzt manchmal hier die Chat ist einfach vorbei hier. Oh Gott. Ich brauche auf jeden Fall jemanden. Bewusstlos oder so? Super. Alter, alter was hier abgeht. Guck mal der Bord ist jetzt sogar ab. Super, schön. Du bleibst mal hier. So, das lassen wir mal direkt. So, und jetzt kannst du das gleiche bauen, wenn die Andale vorbei sind. Eieieieieiei. So, haben wir hier noch irgendwo. Also wenn derjenige das noch alle baut. So, Lack ab. Ja, schön. So. Du baust jetzt mal das Deck hier. So, jetzt vielleicht. Komm. Da, das gibt's doch nicht. Ja, er baut, er baut, er baut. Super. Da. Na toll. Dann ist der weg. Sind bald nur noch zu sieben. Auch egal. So, ich komm. Zack. Dann machen wir mal die Tür auf. Ja, der ist irgendwo abhanden gekommen. Ja. Einer ist abgehauen. Schön. Eigentlich nicht, aber gut. Das liegt wirklich daran. Lockdown, Solitary. Ja, schön. Wir haben nichts davon. Komm. Geh mal da und bau. So, Tür auf. Was will der denn da eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh. Wir müssen einfach hier nochmal ein Office bauen. Zack. Ich weiß, Office ist nicht rechts. Ach komm. So. Und jetzt. Können wir doch glatt. Wir können es zubauen. Ja. Wir können es zubauen. Ich glaub es nicht. Dann kriegen wir unsere 10.000. So. Und das muss nochmal hier ins Office irgendwie rein. Ja. 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 Irgendwie. Und ein Stülchen braucht er da auch noch. Oh. Haben wir es geschafft. Und noch Zeit. So. Wir haben es geschafft. So. Dann können wir das nächste noch hier in Angriff nehmen. Programme. Zwei Offiziere. Ja. Dann machen wir das nochmal hier. Offiziere Dinge sind ja schon im Bau. Und ich würde jetzt einfach mal sagen. Wir machen mal kurz die Pause. Äh. Dass ich jetzt, äh. die Aufnahme erstmal beende. Für die Runde. Und. Äh. Denn. Sehen wir nächste Runde. Wie es weiter geht. Mit diesen schönen Schlamassel. Weil die einfach diese verdammte Ecke nicht zubauen wollten. Naja. Bis zur nächsten Aufnahme würde ich sagen.